Okay, da sind auch Knochentürme und jede Menge Untote. Aus dem Weg! Oh, Pallad... Oh, Menschensachen, hm? Geht es los? Geht es los? Ah, ja... Hier bin ich! Oh, Pallad... Oh, Pallad... Oh, Pallad... Ich muss mich gerade auch ernsthaft fragen, heilen sich die Dinger? Oh, Pallad... Ernsthaft... Nein, hör auf wegzulaufen... Mouthbloods! Mouthbloods! Sie sind schon in der Stadt! Ein Überfall auf die Stadt! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind schon in der Stadt! Ich höre... Kleinigkeit! Ohne Krieger zu dir! Das ist jetzt sowas von überhaupt nicht gut... Wer ruft mich? Aus Bimbel! Was steht an? Ja, was? Ruf die Miliz! Ihr wünscht? Wird gemacht! Kampf mit Christem Schritt! Geht es los? Wird endlich wieder kämpfen! Wer ruft mich? Null! 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 Wer ruft mich? Auf die Stadt! Null! Null! Was steht an? Null! Was ist eine Falle? Null! 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 Okay, wie auch immer es kommt, dass das alle überleben. Sie greifen die Stadt an! Ich höre! Aus dem Bild! Wer ruft mich? Zur Seite! Macht Platz! Sie sind schon in der Stadt? Ich höre! Okay, das war krass von meiner... Zur Seite! Armee? Macht Platz! Ein Überfall auf die Stadt? Ich höre! Meine Axt wartet schon! Nied halft mich auf! Zur Seite! Macht Platz! Macht Platz! Okay, dann brechen wir jetzt hier halt einfach durch. Yo! Das ist euer letzter Fehler! Das ist eine Falle! Oh, das gibt er zum Glück nachgelassen. Sie sind schon in der Stadt! Ich höre! Aus dem Bild! Oh, kommt nur her! Das ist euer letzter Fehler! Einfacher Zweihänder... Unwünschter Zweihänder... Also ein Tragenwehr, gell? Ja. Nur zu! Also ja, das kann ich konservieren, indem ich einfach hier eine Munze über Biene aufbaue. Die ich eigentlich nicht mehr bräuchte. Mein Hammer wird dich zermalmen! Ich höre! Dir werde ich zeigen! Ich höre! Kinderspiel! Kann man denn nie in Ruhe arbeiten? Vorsicht, Gegner! Okay, der Knochenkönig geht von der Stärke. Ich werde dich zeigen! Stand halten, Männer! Ruf die Miliz! Die Miliz kommt ja schon. Auf sehr langsamen Fuß. Wir werden angegriffen. Kann man denn nie in Ruhe arbeiten? Kommt, Roteliten. Vorsicht, Gegner! Ruf die Miliz! Oh, da kommen sie. Wollen ein Stück von mir abhaben. Kampfbereit! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Hier bin ich! Wir werden angegriffen! Zu allem entschlossen! Stand halten, Männer! Okay, ich krieg das fast schon alleine hin. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Hier bin ich! Ich höre! Aus dem Weg! Zu allem entschlossen! Gut! Die Gefahr wurde mehr oder weniger abgewandt. Ich habe fünf weitere Arbeiter verloren. Hier bin ich! Hier bin ich! So, das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch um Gork kümmern. Bei seinen verfluchten Gräber sind wir los. So, während sich die Truppen sammeln, kann ich mich ja mal kurz um Menschen kümmern. Wir haben nämlich jetzt den Paladin gekriegt, den wir auch von Anfang an hätten kriegen können. Weil es macht keinen Sinn. Weil es macht keinen Sinn. Ähm. Ja, es macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Weil wir bis jetzt noch gar keine Menschen hatten und jetzt haben wir das gesamte Menschen-Zeugs. Und Zwergen haben wir auch alles, Elfen fehlt halt noch, Orks fehlt eine Menge. Trolle ebenso. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben werden, mit Trollen zu spielen hier. Ah, Zauber, Aura der Heilung, Stufe 16 haben wir schon, Zauber, Stärke. Können wir alles dann nachher wieder der Stadt verkaufen. So, auf mein Kommando. Armee steht bereit. Und los. Mir nach. Bewegen wir sie mal. Okay. Also ja, bei Zwergen finde ich jetzt zum Beispiel gut, dass die Grundeinheiten, also Krieger und Verteidiger, eigentlich eine Mischung aus Mond, Silber und Eisen brauchen. Im Gegensatz zu den... Lasst uns anfangen. Frisch ans Werk. Dunkelelfen. Wobei gut, bei den Dunkelelfen beschränkt man sich eh hauptsächlich auf Aria-Einheiten, also auf Mark. Und ja, hier haben wir alles platt gemacht. Hier gab es keine Truhe. Gab es hier oben eine Truhe, ja, aber die habe ich geplündert. Gut. Ja, und im Gegensatz zu Windholmen aus Order of Dawn, in den Windwallbergen, wir sind übrigens in den Grimwagbergen hier, ja, kann man sich so vorstellen, als... Äh... Äh...